Heute zeige ich dir da draußen, wie du auf Naga Autokopieren kannst und auf was du unbedingt achten solltest, um keine großen Verluste zu machen. Den Link zu Naga findest du unten in der Videobeschreibung und wir legen jetzt direkt einmal los mit diesem Video. Auf meinem Naga Demokonto angekommen, können wir direkt einmal oben rechts die Bestenliste der Autokopierer aufrufen. Was viele Leute hier vorweg erstmal schon falsch machen, ist folgendes, sie filtern oben links nach realisierte Gewinne und suchen sich dann hier einen Trader mit den höchsten Gewinnen raus. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel hier für Chris entscheiden sollte, dann könnte ich ja hier direkt auf Autokopieren gehen, könnte mit dem Kopieren loslegen und könnte mir dann denken, das ist doch der Beste, den man kopieren könnte. Leider ist das in vielen Fällen nicht der Fall, denn wenn wir mal hier unter den Statistiken reinschauen, dann sehen wir schon ganz klar hier etwas weiter unten die durchschnittlichen Gewinne der Autokopierer und diese sind hier im Minus. Und das ist für mich persönlich schon mal ein ausschlaggebender Punkt für Trader, die ich persönlich nicht kopieren würde. Deswegen würde ich euch folgendes empfehlen, ihr geht hier nochmal zurück auf die Bestenliste und filtert hier nicht nach realisierte Gewinne, sondern ich würde hier nach Gewinn der Kopierer filtern. Denn wir als Kopierer möchten ja natürlich dann auch einen Gewinn rausziehen. So und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal hier auf Smart Investor draufklicke, dann kann ich jetzt hier unter den Statistiken reingehen, kann mir das Ganze hier noch einmal anschauen und hier sehe ich dann auch schon, sind die Gewinne im grünen Bereich. Und zwar haben hier 502 Autokopierer, die diesen Trader hier kopieren, insgesamte Gewinne von 348.000 Dollar. Und genau das ist doch schon mal wirklich ein gutes Zeichen und was ich auch unbedingt immer auschecken würde, was ganz ganz wichtig ist, hier unten die Beschreibung des Traders. Denn hier schreibt ihr meistens immer dazu, wie man diesen Trader hier kopieren sollte. Zum Beispiel steht jetzt hier bei 10.000 Euro nutzen sie 100%. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier bei dem Kontostand 10.000 Euro einbezahlt habe fürs Autokopieren, dann gehe ich hier auf Autokopieren drauf und gebe dann hier bei der Prozentanzahl, also hier bei dem Verhältnis 100% an. Das bedeutet im Klartext, ich würde jetzt hier 100% von seinen Investments pro Trade hier kopieren. Das wären hier in diesem Fall 328 Dollar pro Trade. Habe ich jetzt aber hier weniger bei meinem Kontostand stehen, dann muss ich jetzt hier noch einmal weiterschauen, denn dann schreibt ihr hier bei 5000 Euro nutzen sie bitte 50% und bei 2500 Euro sollt ihr bitte 40% nutzen. Und genau hier kommt schon eine ganz wichtige Frage auf, wie viel Geld sollte man in Naga einzahlen, um andere Leute Auto zu kopieren. Und ich persönlich würde euch nicht empfehlen mit 500 Euro reinzugehen, auch nicht mit 1000 Euro, sondern ihr solltet schon mindestens 2000, 2500 Euro einbezahlen, damit ihr die Leute auch richtig kopieren könnt, ohne großartig Verluste zu machen. Weil das große Problem ist, wenn ich diese Person jetzt hier Autokopieren würde mit einem Betrag von sagen wir mal 1000 Dollar, dann ist es ja so, dass diese Person nicht nur einen Trade pro Tag abschließt, sondern gleich mehrere. Und wenn wir dann hier unseren Kontostand nicht mehr decken können und das Margin Level unter 50% fällt, dann haben wir ein ganz großes Problem, denn dann wird unser Betrag ausbezahlt mit einem großen Verlust. Und so werden wir dann langfristig große Verluste anhäufen. Deswegen ist es hier auch so, umso höher euer Kontostand ist, umso sicherer wird das am Ende dann auch für euch werden. Und wenn ihr mit einem kleinen Budget reingeht, dann würde ich euch wirklich empfehlen, eure Trades immer im Auge zu behalten, damit ihr nicht hier unter dieses Margin Level von 50% fällt. Denn dann habt ihr wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Solltet ihr jetzt aber mal vom Margin Level her unter diesen 50% sein, dann müsst ihr euer Konto aufstocken, damit euer Margin Level wieder in die Höhe geht. Dadurch haben wir unseren Kontostand ausgeglichen und können dann somit hier von diesem Trader auch die Trades wieder mitmachen. Und das große Problem hier aber ist, dass man auch die Nagergebühren beachten sollte. Das heißt, pro Trade fallen hier 99 Cent an. Und wenn ich jetzt hier einen Gewinn von unter einem Euro habe, ganz klar, dann komme ich natürlich auch im Minus raus. Und deswegen würde ich euch hier empfehlen, wenn ihr hier einen eigenen Betrag angeben möchtet, dass ihr hier mindestens 100 Euro eintragt, damit ihr am Ende des Tages auch noch einen Gewinn rausbekommt. Falls du dich nun dazu entscheiden solltest, mit einem geringen Budget in Nager zu investieren, dann solltest du definitiv deine Trades überwachen. Und am besten wäre das doch natürlich, wenn man das Ganze auf dem Smartphone unterwegs tun könnte. Wie man die Nager App auf seinem Smartphone nutzen kann, das werde ich dir in diesem Video hier verraten.